Es ist wieder soweit. Auch 2018 öffnet die Messe Nürnberg ihre Türen für Europas größte Fachmesse der digitalen Automation. Und wir von HiWin sind natürlich mit dabei, mit tollen Neuheiten und zahlreichen Lösungen für die punktgenaue Applikation. Getunt wird nicht nur im Rennsport, auch wir haben die neue Generation unserer LMX Linearmotorachse optimiert und tiefer gelegt. Die Achse aus komplett eigengefertigten Kernkomponenten überzeugt mit einer um 40% reduzierten Systemhöhe. Das Messsystem und die Sensorik wurden in den geschützten Innenbereich der Achse verlegt. Die neue Motorentechnologie sorgt für Gewichtsreduktion und gleichzeitig höhere Dynamik. Dank der HiWin Präzisionsführung sind unsere Achsen wartungsfrei bis zu 50 Millionen Zyklen. Mit unseren Achsen erreichen Sie Ihr Ziel immer und auf den Punkt genau. Kennen Sie schon unsere HX-Familie? Egal ob mit Linearmotor, Kugelgewindespindel oder mit Zahnriemenantrieb. Wir haben eine breite und dennoch kompatible Produktpalette in verschiedenen Baugrößen für Sie parat. Obendrein lässt sich alles ganz einfach wie im Lego-Baukasten miteinander kombinieren. Gerne zeigen wir Ihnen, wie das optimale Merksystem für Ihre Applikation aussehen kann. Sollen Sie noch mehr Freiheitsgrade benötigen, dann dürfen die HiWin Roboter nicht fehlen. Vom Roboter bis zum Schallschrank, auch hier haben wir die richtige Lösung für Sie. Alle HiWin Roboter werden mit unseren eigenen Motoren angetrieben, wie zum Beispiel mit den bekannten HiWin Torque-Motoren, die selbstverständlich in verschiedenen Ausführungen verfügbar sind. Sie möchten noch mehr innovative und flexible Bewegungslösungen aus einer Hand erleben? Dann besuchen Sie uns hier auf der SPS IPC Drives in Nürnberg. Sichern Sie sich noch schnell Ihr kostenloses Ticket mit einer E-Mail an info at hiwin.de und dann nichts wie los. Sie finden uns hier in Halle 1, Stand 310. Wir freuen uns auf Sie!